Geld ist so unwichtig wie nur irgendwas, ja, aber es bedeutet Freiheit. Wenn mir irgendwo die Lebensverhältnisse nicht passen, dann sage ich, fickt euch, pack meine Kreditkarte und schieb ab. Das kannst du nicht, wenn du keine Piepen hast. Deshalb soll man den Leuten mal klar machen, ihr werdet ein besseres Leben haben, wenn ihr finanziell unabhängig seid.